Der Raketenwerfer in den Orbit ist eine der einzigartigen Waffen in Far Cry 6. Meiner Meinung nach gehört diese Waffe zu den besten Waffen in Game und in diesem Video zeige ich dir, wie du sie bekommst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in Far Cry 6. Heute geht es um die einzigartige Waffe und zwar in den Orbit. Es ist ein Raketenwerfer und zählt zu den einzigartigen Werfern in Far Cry 6. In diesem Video gibt es einen kompletten Walkthrough, also wie du sie bekommst, denn diese Waffe bekommt man über eine Schatzsuche. Hier nimmt man die Quest an, ihr könnt das natürlich alles lesen, aber ich habe es so zusammengeschnitten, dass ihr es eigentlich sofort zurückverfolgen könnt. Hier geht ihr in eine Brauerei, müsst bei der Bedieneranlage einen Zettel lesen und hier sagt man euch bitte nichts rumdrehen. Ja natürlich, wir machen das, wir drehen natürlich rum. Ihr habt hier so einen Kessel mit drei roten Lampen, die müssen wir auf grün schalten. Hier sucht ihr jetzt drei Ventile. Wie gesagt, das ist ein Walkthrough, deswegen zeige ich euch natürlich auch, wo die Ventile sind. Hier haben wir die Nummer 1, das drehen wir mal auf. Dann haben wir im Raum auf der linken Seite unten das Ventil Nummer 2. Dann geht ihr zurück in die Mitte des Rahms und dann müsst ihr über die Stufen, über die Treppen auf die Plattform gehen, denn wir wollen hier nach oben. Folgt ihr also dem Weg so wie im Video gezeigt. Wenn wir mit dem letzten Ventil fertig sind, dann zum Hauptventil, also zum Kessel und drehen. Und jetzt aufpassen, was passiert. Ah, da war ein bisschen zu viel Druck im Kessel wohl. Jetzt ist es dann einfach, ihr habt in die Decke ein Loch gesprengt durch diese Explosion. Hier der euren Haken raus, oben festhaken und hinaufklettern. Wie ihr seht, ihr seid ein bisschen betrunken, also wundert euch nicht, wenn das Bild verschwommen ist. Das liegt nicht an eurem PC. Dann folgt ihr weiter dem Tunnel. Er ist auf der linken Seite. Hier folgt einfach dem Weg. Könnt ihr noch ein wenig was looten. Wenn ihr mit dem Looten fertig seid, dann weiter. Hier müsst ihr dann hinunterspringen. Und dann die Treppen nach oben, denn hier ist eben dieses Office, dieses Büro. Dort findet ihr dann die Waffe. Ihr könnt hier dann auch noch etliche Sachen mitnehmen. Nehmt auch den Schlüssel mit, das liegt für den Schlüssel rum. Dann könnt ihr auch bei der Tür wieder hinaus gehen. Also alles einsammeln. Wenn ihr das habt, dann natürlich auch die Waffenkiste mitnehmen. Jetzt aber natürlich, wo ist es überhaupt? Und zwar wir sind in Valle de Oro. Am Norden, wie man sieht. Hier in Puerto del Toro. Hier seht ihr da, wo dieser Diamant ist, diese Schatzsuche. Hier könnt ihr eben diese Quest dann machen. Somit ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo freuen. Und viel Spaß mit dem Raketenwerfer in Far Cry 6.